das macht ja so ja schon bock na ja aber es ist dann wenn man das immer erst mit jedem dritten an in jedem dritten versuch ihr schafft macht das keinen spaß die rampe schlampe hochkonzentriert hier hochkonzentriert leute ja wie schlimm nur noch am tauchen hier wir sind gleich da wo sind wir gleich was seht ihr da jetzt nicht vorher noch mal sterben das schaffe ich das schaffe ich das schaffe ich ich glaube das war nicht geplant das ist eine verfolgungsjagd alter schwede alles in ordnung ja das bot ist zerstört wir laufen weiter der evakuierungspunkt liegt über euch oben im geball wie sollen wir darauf kommen setzt den haken ein mitchell hier drüben können wir den haken einsetzen L1 für Kletterhaken drücke L1 für Kletterhaken drücke L1 für Kletterhaken ok drücken sie L1 für den Kletterhaken es funktioniert nicht ich drücke L1 für den Kletterhaken mit dem Kletterhaken ja mit dem Kletterhaken L1 geht nicht L1 geht nicht es geht nicht mit dem Kletterhaken nach oben mit dem Kletterhaken nach oben mit dem Kletterhaken nach oben es geht nicht es geht nicht Leute ich drücke L1 ich sag dazu jetzt nichts ne man muss das hier anvisieren ich fass es nicht ich dachte ich muss da hoch ich sag dazu jetzt nichts mehr mit dem Kletterhaken nach oben weiter nach oben mit dem Kletterhaken 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 auf den Vorsprung das ist jetzt hier nicht dein Ernst oder? sie sind zu Tode gestürzt fast geschafft kletter mit dem Haken den Turm rauf weiter verworben mit dem Haken auf den Vorsprung ich hab noch so oft Fresse die schlampe ich hab noch die Kacke gehauen die Spiele sind da um auf normal gespielt zu werden ja guck mal jetzt sie hat mich runter geschubst die schlampe fast geschafft kletter mit dem Haken den Turm rauf weiter nach oben mit dem Haken auf den Vorsprung wir brauchen den Magnetgriff ja guck mal die Bitch steht schon wieder hier kann ich dich nicht runterschubsen los Mitchell halt dein Maul ich versteh gar nicht wieso wir nach oben klettern müssen so ne Scheiße los rauf auf die Hochbrücke fallen lassen aber über die Hochbrücke ja kommt alle ich mach euch alle platt ihr presst alle Pugeln ja ihr presst alle zu dem Kran und an ihm rüber klettern vorsichtig ach du Scheiße los los weiter spring Mitchell nicht schlecht also die Pferde hat's drauf ohne Scheiß du kennst doch deinen alten Sergeant noch bringen wir euch hier raus Gideon nicht schießen nicht schießen Gideon wenn das mit 1 nicht stimmt jage ich dich persönlich ich irre mich nicht ich irre mich nicht das Dach ist frei kein Zeichen von ihnen in Ordnung rein da jetzt Tja nicht schlechter Specht Utopie abgeschlossen Verbesserung gibt natürlich wieder nichts mehr hier Gucken wir was als nächstes auf uns zukommt du hast Fragen und es ist Zeit für Antworten bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt beobachtet gewartet wir wurden vor 4 Jahren gegründet eine multinationale Einheit der USA Codename Sentiment unsere Mission die KVA Angriffe zu untersuchen und dafür zu sorgen dass so etwas nie wieder geschieht aber schon bald wurde klar dass es eine noch größere Bedrohung gab ein Mann der selbst in seiner eigenen Tragödie einen Vorteil suchte nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen sie boten Sicherheit für Häfen Schifffahrtswege Pipelines Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan 1 wir realisieren zu spät er hat uns eingekesselt und jetzt in den letzten 10 Tagen gab es jede Menge ISA Aktivität ein Begriff dominierte alles Manticore Atlas führt bereits etwas ins Schilde aber wir wissen nicht was es war riskant dich rauszuholen aber du bist unsere beste Chance rauszufinden was Manticore ist und es zu stoppen wie siehts aus Mitchell? bist du dabei? ja klar sind wir dabei Alter was geht mit dir ab? Action Jackson Exotyp Spezialist Einsatz Schild Overdrive Kletterhagen da ist er gleich wissen wir worauf wir uns einlassen schön dass ihr wieder dabei seid ich wünschte die Umstände wären anders es geht gegen unsere Kameraden mit denen wir trainiert haben und gekämpft ich weiß dass es schwierig ist aber ihr müsst das vergessen das hier ist größer als wir alle ok Sentinel Headquarter du rammst mich aber auch immer du Schlampe ja Dank Mitchells Informationen wissen wir dass 1 zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist ich leite das Einsatzteam und Zielteams halten sich bereit für die Evakuierung 1 hat oberste Priorität wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen bringen wir es hinter uns Nox wie läuft es? ich bin gleich im Drohnennetz Bangkok Thailand jawoll Giesch 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 bin drin die Drohnenpatrouillen wechsel die Zeit läuft Kingpin wir sind an der Vordertür Verstand Cormac Nox und Ilona Kingpin wir rücken zum Kontrollpunkt 1 Verstanden wir haben euch auf dem Schiff Ok wir folgen ich folge Cormac Haken ist schon krass wir sind fast da 1 privates Anwesen das kann man sich also für tausende von Leichen kaufen ich werde 1 aufspüren wir müssen dabei sein wenn er Kontakt aufnimmt Ilona zu mir gehen wir ich muss mich hier mit den Gibt's für was? ok du kannst dein Ziel markieren Optik ist ok ich synchronisiere dein Hub mit dem Drohnennetz wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen ok das ist ja cool geht zur Sicherheitszentrale und klink mich in ihr System ein nicht bewegen Ziele links rüber ins Gebüsch erledigen wir den letzten lass ihn rankommen es muss leise gehen ja zieh du mal deine Pistole du wirst ja vor mir niedergestreckt das kann ich nämlich das kann ich nämlich kenn ich nämlich von Assassin's Creed hier aus dem Gewisch ok jetzt können wir ein bisschen schleichen jetzt ist mal keine Hektik angesagt da unten ist was los weg da Ziel links sie schicken Drohnen oh fuck 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 vor wen sie haben uns entdeckt was ist denn das für ein Scheiß jetzt ich musste da wieder von dem Scheißdach runterjumpen achso ok ich kann mich aus zu jeder Ecke hin hinziehen hier dann machen wir das auch so dann eliminieren wir erstmal ganz locker hier ich kann mich hier überall hin und her bewegen dann ist das ja kein Problem komm hoch hier du Lappen Wieso geht das nicht? ich muss kurz sagen wieso geht das nicht? mhm mhm ist ja wie so ne scheiß Party hier ich glaub komm da hinten sind die scheiß Drohnen ich muss da hinten her da geh ich jetzt am besten an den den eliminiert habe da runter schleich mich da Stück für Stück vor ne ja Zivilisten sind mir scheiß egal guck mal kann ich die kann ich die hier messern hochziehen du wirst die nicht runterschmeißen du wirst die nicht runterschmeißen naja schleichen kann er schleichen kann er der Lot gut gemacht rauf aufs Dach verstecken nicht angreifen Mitchell Mikro EMP bereit machen kriegen wir hin